Um das zu bekommen, das mir lohnenswert erscheint, bin ich schon ziemlich oft und noch viel weiter gereist. Und definitiv, es gibt Themen, bei denen Zugeständnisse wenig hilfreich sind. Mit dieser Haltung bin ich gut gefahren und empfehle sie auch anderen. Ich empfehle anderen, dort anspruchsvoll zu sein, wo es von Bedeutung ist. Heute ist das in einigen Bereichen deutlich einfacher. Auch weiter Reisen sind oft nicht mehr erforderlich. Auch nicht für Sitzungen mit mir. Seit vielen Jahren biete ich Online-Sitzungen an. Die haben sich sehr bewährt. Und zwar selbst für Menschen, die in Praxisnähe leben. Das hat einige Vorteile. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Als Therapeut helfe ich Menschen mit Ängsten und Angststörungen, sowie dem Umgang mit seelischen Folgen, narzisstischen Missbrauchs. Online-Sitzungen sind weit mehr als ein Ersatz für Präsenzsitzungen. Sie haben ihre Eigenarten, sie haben ihre Potenziale. Und deswegen setzen sich seit vielen Jahren auch auf Online-Sitzungen mit Video-Unterstützung. Und zwar dort, wo die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Sie sind ebenso effektiv wie Sitzungen, bei denen wir uns an einem gemeinsamen Ort treffen. Und sie haben einige weitere Vorteile. Vorteile gegenüber Sitzungen in der Praxis Eine angenehme An- und Abreise zur Sitzung kann sehr bereichernd sein, um sich einzustimmen und zu reflektieren. Doch nicht immer ist Zeit dafür verfügbar. Bei Online-Sitzungen ist dieser Aufwand nicht erforderlich. Lässt es sich auf die eigene Weise einstimmen und am Ort der Wahl so richtig bequem machen. Anschließend klingt die Sitzung so nach, wie es individuell am besten ist. Entspannter lässt es sich wohl kaum ans Werk gehen. Eine erstklassige Option Online-Sitzungen lassen sich sehr intensiv gestalten und sie erfordern kein Informatikstudium. Weil ich telefonische Sitzungen und Online-Sitzungen schon seit so vielen Jahren durchführe, habe ich einiges unternommen und angeschafft, damit es für virtuelle Gäste so angenehm und der Prozess so effektiv ist wie möglich. Bild- und vor allem Tonqualität sind bei entsprechender Bandbreite beachtlich. Es gibt übrigens auch Themen, bei denen sich reine Telefonsitzungen anbieten, so wie bei der Anamnese oder beispielsweise bei Sitzungen zu den seelischen Folgen von narzisstischem Missbau. Näher geht es nicht. Ich empfehle die Verwendung bequemer Kopfhörer, denn dann ist man eine Stimme noch näher. Für den praktischen Teil lohnt es sich, einen geschützten Liegeplatz vorzubereiten. Mit einem weichen, flachen Kissen unter dem Kopf und gegebenenfalls einem weiteren dickeren unter den Knien lässt es sich noch entspannter legen. Technik Für die Sitzung können Computer mit entsprechender Internetverbindung wie Windows-Rechner oder Mac mit Mikrofon und Kamera, ein Tablet-PC oder iPad genutzt werden. Weil während der Sitzung ohnehin meist die Augen geschlossen sind, ist auch ein Smartphone nach Vorrang dafür geeignet. Die Kamera ist bei diesem Sitzungsteil am besten so ausgerichtet, dass ich die Atmung und die Reaktion an den Hals und Gesicht gut erkennen kann. Meistens ist dies bei etwas erhöhter Kamerapositionen von der Seite am besten zu erreichen. Sicherheit Die Sitzung wird über einen Anbieter durchgeführt, der den Anforderungen der Datenschutzverordnung entspricht. Es wird dafür eine aktuelle Version der Browser Chrome oder Firefox empfohlen. Auf iOS-Geräten ist Safari empfehlenswert. Die Installation weiterer Software ist nicht erforderlich, wenn alles so einfach wäre. Einladung Den Link zum virtuellen Sitzungsraum sende ich meist kurz nach Eingang des Honorars. Außerdem gibt es vor der ersten Sitzung eine Reihe von Empfehlungen zur Vorbereitung. Alles weitere besprechen wir in der ersten Sitzung, um so für Online-Sitzungen zu sorgen, die spürbare Ergebnisse erleichtern. Carsten Loack Gehen wir den Weg ein Stück gemeinsam, passen wir gut auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen.